Ich bin Fußballtrainer und es ist mir dann Gott sei Dank gelungen, dass ich mein Hobby so ein bisschen zum Beruf machen konnte. Es gibt viele Berufe, wo man international zu tun hat, wo man vielleicht im Ausland ist, wo man irgendwo mit Leuten sich verständigen muss, die Englisch sprechen. Ich habe mein Englisch aufgefrühst letztes Jahr bei der Sprachschule Berlitz. Dass man sich nicht beherrscht, sondern dass man sich verständigen kann, das ist, glaube ich, sehr nützlich. Ich habe zum Beispiel in Miami mit einer Mädchenmannschaft trainiert und da hat das mir natürlich sehr geholfen. Es hat super funktioniert, die Mädels haben mich verstanden und das war einfach eine interessante Sache. Also ich glaube, verstanden zu werden ist für mich das Wichtige und ich glaube, dieses Verstehen kommt dann in der Übung. Wichtige